Babidi Babidi Bobsen Gaming, Blue Suncatcher, lange habt ihr drauf warten müssen und jetzt ist es mal wieder Zeit für ein Rage-Kommentary, ich raste komplett aus, aber jetzt erstmal zum Hintergrund. Wir beruhigen uns alle, machen uns ein paar Duftkerzchen an, setzen den Jasmin-Tee auf und entspannen uns jetzt, weil ich habe vor zwei bis drei Wochen mir die Aufgabe gemacht, Mensch Blue, nimmst du doch mal alle Geduld und alle deine Mühen zusammen und schreibst den Ubisoft Support an. Gesagt, getan, habe ich jetzt gemacht, was lässt sich zwei Wochen zusammenfassend, ich habe mit ungefähr zehn verschiedenen Leuten gesprochen, durfte jedes Mal wieder die Geschichte gebetsmühlenartig wiederholen, dass es in AC3 nicht möglich ist, Gruppen aufzumachen, dementsprechend man seine Freunde nicht sieht und ein gemeinsames Spielen dadurch nicht möglich ist. Ich musste so viel Scheiße machen, das könnt ihr euch nicht vorstellen und ich habe in jedem meiner Posts erwähnt, Leute, es liegt an euch und nicht an mir, aber dieser Post wurde immer gekonnt, ignoriert, es hieß Blue Suncatcher, bitte sende mir nochmal deine Ports, sende mir deine Traceroute, sende mir deine Login-Daten, sende mir dein Gewicht, ich weiß nicht worauf es noch hinausgelaufen wäre, aber ich habe jeden Scheiß und damit sage ich jeden Scheiß. Ja, und dabei halte ich gerade meine Finger, wirklich, ich gestikuliere auch immer bei meinen Kommentaries, müsst ihr euch vorstellen, jeden Scheiß habe ich übersendet und immer wieder mit Engels Zünglein habe ich gesagt, es liegt nicht am Anwender. So, und heute, ähm, äh, nee, ich habe kein Skript oder so, ist ja egal, auf jeden Fall habe ich dann jetzt nochmal drauf hingewiesen, indem ich gesagt habe, Leute, am 20. März, als alle Planeten in einer Richtung standen, die Titanen frei wohnen und die Feuernation uns den Krieg erklärt hat, da hat auf einmal der AC3 Multiplayer funktioniert, wie von Gottes Hand und wir alle waren so, die wirklich treuen Abonnenten werden sich erinnern, weil ich habe gestreamt an diesem Tag und ich hatte so viel Spaß und am Ende des Tages hat man mich dann noch für ein Skript gefragt und ich habe gesagt, nee, Bruder, reicht jetzt nach drei Stunden Mashups, ich will mir AC nicht gleich wieder überspielen, Morgen können wir gerne wieder mit Skrims anfangen, ne, man hatte schon im Kopf, geil, man kann wieder Tönnies machen, man kann wieder, äh, Nope, Ubisoft hat Nope gesagt. So, darauf habe ich sie nochmal aufmerksam gemacht, übrigens so an die tausendmal. Und, ähm, heute habe ich eine Antwort bekommen, wo ich dann doch mich dann jetzt in der, äh, Position befinde, dass ich sage, äh, der Boden oder die helle Seite der Macht, die muss ich jetzt langsam mal verlassen, weil so ein Jubi-Hamsel hat mir dann echt gesagt, Ja, Blue Suncatcher, vielen Dank für deine Anfrage, seit dem 20.03. stehen die Online-Services nicht mehr zur Verfügung, was deine Verbindungsschwierigkeiten erklären könnte. Also, ich habe mir diese Nachricht zehnmal durchgelesen und nach jedem Mal, äh, habe ich mir gedacht, äh, 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 also die Online-Services stehen nicht zur Verfügung? Also, wenn ich jetzt die ACR-Multiplayer starte oder ACB oder AC3 oder AC4, dann ist, sind diese Multiplayer da. Also, da sieht man mal, was da wirklich für flachhanselt sitzen. Ich meine, bei allem Respekt, ne, und das muss man auch sagen, da sitzen irgendwelche Leute, die für einen ganz schmalen Taler dafür bezahlt werden, sich den ganzen Tag vollkotzen zu lassen. Okay, na, soll ich immer Augen auf bei der Berufswahl, ne? Oder wenn es ein Nebenjob ist, macht man den mal für 450 Euro, aber ich kann doch nicht so eine Kotze schreiben und mich damit outen, dass ich als Ubisoft-Support-Kundenmitarbeiter absolut ungeeignet bin. Leute, aber die Geschichte geht weiter, ihr werdet lachen, ich bin noch lange nicht am Ende. Ja, am liebsten würde ich mich jetzt noch aufregen über die paar Spasten, die unter meiner Montage irgendeine Kotze geschrieben haben, aber man kann ja auch zwei Kommentaries machen. Gut, aber an der Stelle, weiter im Text. Ich habe also mich dann auf den AC-Discord-Server begeben. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt so einen Assassin's Creed-Discord-Server, der ist ganz offiziell, der ist ganz professionell eingerichtet, mit Serverregeln und mit Rollen auswählen. Also nicht so semi-professionell, so wie unsere Discord-Server, die wir alle in unserem privaten Bereich, also ist schon Level höher. So, gesagt, getan, ich habe mich angemeldet, ich habe die Serverregeln bestätigt für das Protokoll nochmal ganz nah ans Mikrofon und war dann auf diesem Discord-Server und dann hieß es, ja, rechts gab es so Rollen, kennt man vom Discord-Server. Und da gab es die Rollen AC-Team. Nochmal kurz zur Rekapitulation, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Man hatte mir auch beim Support versichert, lieber Blue, wir haben das Problem an das AC-Team weitergerichtet. Auf meine Nachfrage, wer denn das AC-Team sei, ja, wäre es zu vieler lang gewesen, mir da eine Antwort zu nennen. Ja, war es tatsächlich. Also, wie dem auch sei, ich bin auf dem Discord-Server und sehe, da gibt es ein paar Hansels, die schimpfen sich mit der Rolle AC-Team. So, und ich habe lange überlegt, schreibe ich die an oder nicht, aber just in dem Moment schreibt irgendein Hansel auf diesem Server, dass er doch den Multiplayer-Modus vom Assassin's Creed Unity am besten fand. Und da konnte ich einfach nicht mehr, um ihn ganz lieb darauf hinzuweisen, sag mal, wer hat dir eigentlich ins Hirn gekackt? Ja, das war ein Koop-Modus, weil die guten Multiplayer-Modi wurden mit AC-4 abgeschafft. Also, ich habe weder gesagt, wer ihn ins Hirn gekackt hat, noch das mit dem Multiplayer-Modus. Ich habe ihn einfach darauf hingewiesen, Bruder, es gibt keinen Multiplayer-Modus. Aber habe dann die Kunst der Stunde ergriffen, indem ich gesagt habe, Bruder, an der Stelle mal, habe die vier Hansels vom AC-Team verlinkt, einmalig, und habe gesagt, Leute, wisst ihr eigentlich Bescheid, dass der AC-3-Multiplayer so ein paar technische Probleme hat und Verbindungsschwierigkeiten und wir bräuchten da echt eure Hilfe, weil wir finden dieses Spiel geil und wir haben nicht so richtig Support erhalten von Community-Managern wie Escoblades. Das habe ich geschrieben. Freddy war dabei, Freddy hat es gelesen. Und was soll ich euch sagen? Ich bin ins Bett gegangen und am nächsten Tag dachte ich mir, mal gespannt, wer da so geantwortet hat. Und ich öffne meinen Discord und sehe, dieser Server ist nicht mehr in meiner Leiste. Ich wurde knallhart von dem Server gebannt. Und dann habe ich den Moderator, unter anderem Black Gentleman, zu dem ich auch gleich noch zu sprechen komme, angeschrieben und habe gesagt, Bruder, wieso wurde ich denn gebannt? Ja, wegen toxischen Verhaltens und wegen Spammen. Da musste ich bereits das fünfte Mal los, weil Black Gentleman hat noch eine andere Geschichte. Ihr seht schon, Blue hat heute ordentlich was eingepackt. Nämlich habe ich im Ubisoft-Forum, das habe ich auch noch separat zu meiner Support-Anfrage und diesem Post im Discord-Server, ich bin wirklich alle Wege nach Canossa gegangen, habe ich einen Post eröffnet, in dem ich aufmerksam gemacht habe, hey Leute, euer Spiel funktioniert nicht, so und so sieht es aus, es geht einfach nicht, das ist meine Support-Nummer. Leute, wenn ihr das gleiche Problem habt, postet hier drunter. Und was soll ich euch sagen, ganz viele Leute, mit denen man auch früher persönliche Differenzen hatte, habe ich angeschrieben und habe gesagt, ey, wäre echt geil, wenn du da drunter schreibst. Und es haben ganz viele gemacht. Und in kürzester Zeit hat dieser Beitrag über 700 Aufrufe in nicht mal 24 Stunden gehabt. Mein Beitrag hatte 16 Likes. Ich glaube, es gibt kaum Beiträge, die Likes in diesem scheiß Forum hatten. Also alles Signale für so einen Forum-Mitarbeiter zu sehen, hmm, irgendwas stimmt hier nicht. Und was ist die Reaktion von diesem Black-Gentlemen? Rade, bitte das Forum nicht zu. Ey, da hätte ich dem am liebsten sinnbildlich sowas von... Ich hatte schon eine Nachricht verfasst und habe mich dann wieder zügeln müssen, weil ich mir denke, wie inkompetent kann man als Moderator sein, sowas zu posten. Also jetzt mal wirklich Butter bei die Fische und jegliche Art von Respekt, ja. Aber sowas kann ich als Moderator nicht bringen, wenn es ein Problem gibt. Ja, bei AC4. Ich finde den weißen Wal nicht, Mama. Das Online-Event geht nicht. Ja, und es gibt sechs Leute, die genau dieselbe Mimimi-Scheiße haben und sich unter dem Beitrag darunter versammeln und sagen, ja, ich finde auch den weißen Wal nicht, Mama. Ich kriege keine 100% für mein indisches Fanboy-Wallpaper-Kack-Gedöns. Dann hat das überhaupt nichts mit Raiden zu tun, sondern einfach nur darum, dass es mehrere Leute gibt, die genau das gleiche Scheiß-Problem haben. Ich muss mir jetzt gleich das Commentary nochmal anhören. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Gott sei Dank, dem Ubisoft-Support sei Dank hat der Chat heute, der Live-Chat heute, technische Wartungsarbeiten. Vielleicht haben sie sich schon geahnt. Kacke, mit der Antwort fangen wir uns den richtigen Rage-Suncatcher ein. Ich weiß es nicht. Aber ich kann auch langsam nichts mehr vergarantieren an Freundlichkeit. Ich will an dieser Stelle auch nur nochmal Danke sagen. Danke an all die Leute, die sich auch wirklich Mühe geben. An erster Instanz Iringo Ravenna, die ein kleinster, kleinstarbeitendes Video erstellt hat, was auch dem letzten Bonobo erklärt, warum der AC3-Multiplayer nicht funktioniert. Edrien reißt sich auch seit zwei bis drei Wochen den Arsch bis zum Hals auf mit diesem Support. Und ganz ernsthaft, die haben Edrien geschrieben, lieber Edrien, es könnte ja an deinem zweiten Bildschirm liegen, dass der Multiplayer nicht mehr funktioniert. Also wenn das nicht ein Facepalm ist, weiß ich auch nicht. Es gibt wirklich viele Leute, die sich auch da bemühen. Und da gibt es einfach mal ein fettes Danke und einen großen Respekt, Applaus, was auch immer. Ich gehe gleich um 19 Uhr klatschen und klatsche für die Leute. Wir klatschen heute um 19 Uhr für die Leute, die das auf sich genommen haben, um beim Ubisoft-Support aufmerksam zu machen, dass der AC3-Multiplayer nicht funktioniert. Leute, ihr seht schon, es kommt nichts mehr beisammen. Ich wollte einfach mal Druck ablassen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht. Würde mich ganz freuen, wenn ihr unter den Forenbeitrag, den ich hier verlinke, auch nochmal schreibt, dass ihr das gleiche Problem habt. Am besten erstellt auch ein Support-Ticket, wenn ihr denn Lust habt. Und verweist einfach auf meine Support-Nummer und sagt, Ubisoft, ich brauche dir nichts zu überweisen, weil ich habe das gleiche Problem für Blue. Macht bitte was, wenn euch wirklich was an diesem Spiel liegt. Ansonsten nur als besondere Motivation, sollte der AC3-Multiplayer wieder funktionieren, würde es auch regelmäßige Uploads von Bobs und Gaming geben. Ich weiß, das ist ungefähr, gleich zum Besten mit einem Wahlversprechen, der SPD vor Bundestagswahlen. Sorry Felix, dieser Seitenhieb muss einfach sein. Aber ich muss euch ja auch irgendwie locken. In diesem Sinne, haut da rein.